Welches Thema packen wir auf die Seite 1 der Zeitung? Welche Aspekte sollen in der Geschichte nicht fehlen? Diese und andere Fragen haben in der Redaktion der Witzenhäuser Allgemein am Mittwoch nicht nur die Redakteure entschieden. Vier Mitglieder des HNA-Leserbeirats aus dem Werra-Meißner-Kreis haben die nächste Ausgabe mitgestaltet. Die Redakteure waren immer dabei, sowie Redaktionsleiter Werner Keller. Er diskutierte mit den Lesern unter anderem über den Aufmacher für den nächsten Tag. Doch die Leser haben auch eigene Texte geschrieben und dafür fotografiert. Sie haben zugeschaut, wie diese Bilder dann bearbeitet und ins Archiv gestellt werden. Einer von ihnen, Jürgen Strohwald, hat sogar bei der Produktion dieses Videos geholfen.